Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Borderlands mit der Lizzie. Wir laufen in Windeseile. Hallo! Hallo! Und in so niedrigen Gebieten für uns rum. Aber da können wir nichts mehr dran ändern. Zack. Das ist keine Herausforderung mehr hier. Nee. Nee, dann müsst ihr jetzt mit durch. Genau. Und ich hoffe, wir sind bald irgendwo, wo wir ein bisschen mehr gefordert werden. Wo auch der Loot ein bisschen mehr stimmt. Ja. Oh, der hat aber ein nettes Gesicht. Sprichst du mit dem? Ja. So. Was willst du? Ich schaffe Kroms Kammerschlüsselfragment und kehre zu Tennis zurück. Wo ist das denn? Wo müssen wir da hin? Ein nettes Bärtchen. Äh. Okay, wir müssen zum beiden wieder zurück. Der ist aber großartig der Typ. Wieder zurück? Ja. 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 Kammerschlüsselfragment. Kommen wir jetzt damit an der Kammer näher? Genau. Das klingt fast danach, ne? Aber es ist nur ein Fragment. Ja, ja. Wahrscheinlich müssen wir 15 Fragmente einsammeln. Mhm. Können wir, können wir, können wir, können wir schnell reisen? Nö. Geht nicht. Du bist in einem Video, was soll das? Entschuldigung. Ach, du hast eine Reise reduziert. Ich dachte wir könnten irgendwie schnell... Ach, wir können... Okay. Höchst ja sein. Nee, wir müssen ja hier hin und her pendeln zwischen den Benachbarten. So, da oben müssen wir hin. Da können wir wieder ein Auto nehmen. Yay. Yay. Hier, ich lauf doch in die Richtung von der... von dem Autoladen, ne? Vom Autoladen? Vom Autohaus. Damit kommen wir wieder auf... darauf, dass es eine gute Idee wäre, Neuwagenduft als Spray zu verkaufen. Genau, richtig. Ah, jetzt hab ich mir schon wieder so einen Scheiß mitgenommen. New Haven. Wo auch immer New Haven war. Ähm, wo müssen wir denn hin? So. Ach, da müssen wir hin. Ist hier das Auto in der Autoladen? Alles klar. Ja. Kommen wir da überhaupt mit dem Auto hin? Steige ein. Steige ein. Sie möge einsteigen. Ja, du fährst. Genau, erstmal hupen. Genau, hier geradeaus durch. Ui. Dann jetzt links. Links... Hä? Was war das denn? Überfahren wir jetzt einfach mal. Links, 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 links. Rechts, 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 rechts. Ach, hier waren wir schon mal. Genau. Ja, mal durch. Hier. Ja, genau. Geradeaus. Und rechts. Ja, da kommst du glaube ich nicht lang. Da komm ich nicht lang? Über die Brücke. Ach so, da müssen wir. Okay. Das heißt, du fährst jetzt wieder zurück. Und dann da hoch. Hm? Süß. Über die Brücke. So, nur auf der Straße nach. Und dann müssen wir gleich wieder... Reisen. Genau. Okay, das machen wir jetzt ab sofort nur noch mit Auto, wenn es geht. Ja, bitte. Oh. Das ist hier richtig. Das ist hier richtig. Indizieren wir eine Reise. Mal wieder. Wunteres hin und her reisen. Ich pack den Koffer schon gar nicht mehr aus. Wir leben aus dem Koffer. Richtig. Russ Cummins East. So. Dann müssen wir zum nächsten Übergang. Aber hier kommt... ...neben. Auto? Auto. Ich hab die Karre. Ich hab die Karre. Wo? Hä? Karre? Hallo? Hä? Ja, wo ist denn das Auto? Fahrzeug generieren. Ich mach das Fahrzeug klar. Ach, da oben. Ach da, ach so. Kannst du mal sehen. Naja. Es soll sich doch lohnen. Steige er ein. Er steigt ein. Achtung. Und dann? Ähm. Yay! Oh, schade. Man kann keinen richtigen Anlauf nehmen. Wo müssen wir denn hin? So. Jetzt rechts. Die Straße. Rechts lang. Genau. Straße. Erstmal immer der Straße nach. Das sind Stücke von Straßen. Zack. So links rum. Der Straße nach. Okay. Genau. Immer der Straße nach. Äh. Straße? Klasse. Jetzt, da müsst ihr jetzt links. Links. Und da hoch? Da hoch? Ja. Und jetzt. Nee, noch nicht rechts. Kommst da vorbei. Warte. Doch, müsste aber gehen. Wir müssen da über diese Brücke da. Echt? Nee, oder hier vorbei. Nee, hier geradeaus. Hä? Ach, hier runter? Ja. Uiuiui. Okay. Und jetzt? Da lang. Äh, links? Nee, nee, andere Richtung. Da lang. Genau. Ach, hier kann man auch wieder ein Auto holen dann. Aber wie kommen wir hier mit dem Auto dran vorbei? Gar nicht. Wir müssten erstmal hier die Dings öffnen. Mwah. Get your right. All right. All right. Vielleicht können wir die ja öffnen hier, die Dinger. Keine Ahnung. Ah, es ist eh nicht mehr weit. Wir laufen jetzt den Rest. Ja. Wir schauen. Es ist nicht mehr weit, Kind. Wir sind bald da. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ja. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Hä? Hä? Wie kommen wir denn da rüber, Maya? Billy! Da auf der anderen Seite. Wir müssen einmal wieder zurück. Ah ja. Der Willi. Ah ja, Maya. Ah ja, Maya. Ah. Vor gar nicht dazu. Oh, 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 oh. Wollen wir hier Schaden machen? Ja, kann man. Sehr schön. Ist immerhin schon Level 26. Gatlin geschützt. Komm. Jawoll. 22. 24 EP. Boah, das ist ja der Hammer. Sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Ne. Warte, da ist noch eins. Raketenton. Und tschüss. So. 23. Ach. Das ist ja Hammer. Es ist unfassbar eigentlich. 850 Dollar. Oh, nice. Au, 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 au. Hä? Ach, schon wieder ein Geschütz. Ein Geschütz. Hat das auch einen Kopf, den man trennen kann? Und tschüss. Oh, das war's. Das war's. Das Geschütz, ja. Die anderen, die sind noch nicht. Hinter dir ist ein brennender Psycho. Ein brennender Psycho? Sehr gut. Rücken geschossen. Und ein Schläger ist da oben. Und? Wir müssen aber hier lang. Lass dich da jetzt nicht zu sehr ablenken. Aber wenn die uns in den Rücken fallen, nützt es uns auch nichts. Könntest du uns den Rücken mal kratzen? Oh ja. Oh, das ist ne gute Idee. Das ist so irgendwie fast das meiste, was ich vermisse am Singlet. Also, da ich Singlet bin. Dann starten wir doch jetzt hiermit mal einen Aufruf. Willst du einen netten jungen Mann haben, der auch manchmal ein Methusalem ist, der... Warte mal. Lass mich mal überlegen. Mir fällt noch was ein. Ich muss auch jetzt den Anschluss nicht verlieren. Der nach... Der Duft nach Neuwagen liebt... Verdammt. Und Rücken kratzen. Und Rücken kratzen. So. Chrome scaniert. Schnell ablenken. Nein, das ist ja uns gemeint. Dann schreibt es doch mal unter Brainbirds Video. Eine Bewerbung. Wir müssen ganz an die andere Seite. Ganz an die andere Seite. Müssen wir hier irgendwie hoch oben lang laufen oder sowas? Ich guck grad, wie wir da mal hinkommen. Ich guck jetzt auch mal. Oh Gott. Was ist denn das? Wie kommen wir denn da hin? Ach hier, rechts rum. Rechts rum, hier hoch. Wo unten. Wenn ich das richtig sehe. Da oben geht es aber doch gar nicht weiter. Na gut. Warte mal, warte mal. Ich folge dir, Kommando. Glaub mir mal. Das ist Muni. Soni? Muni. 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 Das kann man nicht öffnen. Das sah nur so aus, wie man es öffnen kann. Ha, aber hier. Ich habe ein Näschen dafür. Hey. Warum zoomt ihr immer wieder so weit raus, wenn ich... Ah, ich hänge in der Jokapalme fest. Verdammt. Ich hänge in der Jokapalme fest. Ich bin eine falsche Treppe hoch hier. Ach. Das hätte ich... Tut mir leid, Schätzelei. Wir müssen mal hier diese Treppe... Den Leichen immer nach, ne? Ja, diese Treppe müssen wir auch. Da, wo auch die Jägner sind. Die Jägner. Jägner. Was sind die denn für Level? 25. Auf Wiedersehen. Das stimmt, da kann man so ein bisschen Rambo spielen. Ja. Muss auch mal sein. Ja. Nachdem wir... So oft schon gestorben sind. Das ist ja mal verwinkelt hier. Ja. Alles schön hier aus Wellblech zusammengeklöppelt. Mhm. Haben sie schön gemacht. Das müsste eigentlich zusammenbrechen. Tut's aber irgendwie nicht. Na okay, der Bein sieht. Irgendwie nicht. Tschüss. Wenn du die jetzt nur ankratzt, dann habe ich gleich den Ärger am Hals. Das weißt du, ne? Oder erschießt du sie auch gleich? Ja. Natürlich. Ich denke mal, ich verpasse irgendwas ganz Tolles, Aufregendes aber auch. Nö. Ein paar Gegner halt, ne? Oder sonst. Ne. Da ist nix drin. Ey, was? Aber da ist bestimmt Kohle drin. Jawoll. 114. Coole, coole, coole. Und? Post? Ich verstehe nicht, wie dieser Weg funktioniert. Wir müssen jetzt da lang, wo du lang gehst und dann irgendwo auf der Seite runter springen. Da ist nämlich auch ne Waffenkiste. Das kann ja nur hier sein. Die Beute gehört mir. Die Beute gehört mir. Das taugt nichts. Ne. Wir müssen jetzt an dieser Seite hier wieder runter. Sieht fast so aus. Gibt's hier nen gesunden Weg? Einen gesunden? Wie kommt man denn da runter? Ach, da hinten. Tolle? Und so. Malivan Sterling GGN 25. Jo. Aber ähm. Vom Wert her nicht so gut. Aber bringt mehr. Zu verkaufen. Ich denk ja immer. An die Kohle. Denk's nur ans Verkaufen. Nur Yelp machen. Yelp machen. Wie auf YouTube. Wir springen jetzt einfach mal hier runter. Ach schön. Das find ich so klasse. Ich mach mega Geld auf YouTube. Ich mach überhaupt Geld auf YouTube. Also. Ja. Jetzt spring ich den hier aufs Zelt. Warte mal. Ich will mal wieder ein bisschen snipern. Ey. Hört mal auf. Hier auf mich zu schießen. Und. Wer schießt denn hier wo? Von hier oben. Einmal und von da drüben. Einmal. Ui. Mensch. Der ist aber geflogen. Äh. Hallo. Warum schie... Hallo. Schießt du bitte mal? Was mach ich denn da? Hallo. Ich häng fest. Nein. Ich häng fest und die schießen alle auf mich. Nein. Ich wollte... Ich wollte... Wie will ich diese Waffe nicht nehmen? Ach. Ich bin schon wieder in diesem blöden... Oh. Ich war schon wieder in diesem Sprachdings-Shut drin, ne? Shut. So. Jetzt aber. Kannst du mal das Fass treffen, Mädchen? Danke. So. So. Nicht anders. Wieso komme ich da jetzt nicht? Ach. Wir sind eben hier lang. Was? Hier? Da hätten sie auch noch welche. Wahrscheinlich müssen wir denen auch nachlaufen, ne? Ne. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich weiß heute mal, wo du bist. Hahaha. Ach. Hier. Guck. Mein Pfeil. Ja. Da ist der Pfeil. Ich folge den Pfeilen. Sehr gut. So. Dann glaube ich hier lang. Okay. Hallo Arbeiterbandit. Tschüss. Au. Da war ich ja eben schon fast. War eben nur fast. Ey. Schimmerschläger. Ja. Ich brauche ja schon gar nicht mehr die Waffe anzulegen. Ne. So. Das Geld nehme ich aber mit. Gesundheit brauche ich nicht. Na gut. Ich gucke mal gerade. Warte. Ist das denn auch hier? Ah, das ist da hinten. Okay. Ja, chill doch mal. Und das ist dahin. Ach gut. Wir müssen in zwei verschiedene Richtungen. Okay. Für die beiden Quests. Das ist natürlich super. Oh, Vorsicht. Granate. Nu ist aber gut hier. Und tschüss. So. Von wegen Elite. Sagt das. Ja. Wie die da alle rennen, ey. Wie die. Wie die. Three Stooges. Oder Benny Hill. Die. 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 Sehr gut. Na ja, so schwer ist das dann aber auch nicht. Ich hab nicht gesagt, dass es schwer ist. Nur du hast es sehr gut. Wenn ich dem direkt da auf den Kopf gucke, sozusagen. Ich glaub, wir müssen hier wieder runter. Müssen wir? Ich hoffe es. Was liegt denn hier schickes Blau? Guck erstmal, bevor ich jetzt runterspringe. Exklusive Regen. Du musst erstmal gucken, bevor ich runterspringe. Ja, hier ist ein Pfeil. Dem Pfeil. Ja, dem Pfeil. Ja. Okay. Für Krom. Ich bin voll auf seiner Seite. Nein. Kleine Klapp Klapp. Ich weiß auch nicht mal, wo der ist. Ach so, da. Da weiß ich auch nicht, wo der ist. Ähm, müssen wir da hin, ja? I think so. Das andere sah so danach aus, okay. Dann lade ich mal eben alles nach, was ich so habe. Und komme. So. Dann bleib mal stehen, dass ich dich auch erschießen kann. Ja, danke. Ich will deine Granate nicht, die kannst du wiederhaben. Oh, was? Hä? Ich kämpfe um mein Leben. Kann sein. Kannst du dich wiederbeleben? Beleben? Beleben. Hier ist niemand in der Nähe. Komme, doch, ich bin da. Wenn du auf die anderen schießt, solange... Wo denn? Hier ist ja niemand. Danke. Bitte? Das war alles so ausgegraut. Ja, stimmt. Ach, da oben. Da oben. Moment. Wieder ein... Komm, das Geschütz. ... ein Geschütz. Guck mal, ob ich hier... Ich habe eine andere Aufmerksamkeit gemacht. Ich versuche, das Geschütz zu erledigen. Warte mal. Komm, das kann ich auch. Raketen schmeißen. Und die noch einmal bitte nachladen. Oh, das dauert so lange. So. Hey, gesucht, Krom. Wir haben Krom getötet. Das war Krom? Das war sein Geschütz? Ja, da saß er drauf und ist mit in die Luft geflogen. Das ist bei mir abgehakt. Krom getötet. Okay. Und ich habe den Erfolg bekommen. Ähm. Ja, wo schießen sie denn? Da oben, Schläger. Stirb mal, du Schläger. Schott. Schrott. Und Geld. Oder man kann auch mit Schrott Geld machen. Ähm. Wo bist du? Eat Shite. Kannst du dich heilen? Ja, ich heile mich ja automatisch mit meinem Schild. Okay, ja, aber, äh, trotzdem, ähm. Ah, das ist nicht reich. Blinkst du immer noch wie wild. Ja, ja, aber gleich nicht mehr. Na gut, dann vertraut auf den Schild. Jetzt blink ich schon nicht mehr. Gut. Ich habe nichts gesagt. Ich erhoffe. Lauter Nettigkeiten. Liegen hier Stücke von Krom rum? Hier ist Bewaffnung. Tja. Du hast ohne meine Hilfe einen weiteren Teil des Schlüssels gefunden, Schlampe, oder? Ich sehe dich immer, mein Freund. Sei vorsichtig. Andere fangen an ihre Chance. Äh. Das ist großartig. Verdammt. Nein, mein Meter. Meins auch? Stoppt überhaupt nicht das Teil, aber. Jetzt nicht mehr. Was ist das denn? Krom Sidearm. Was hat die denn noch gesagt, die Schlampe? Revolver. Dass wir ein Fragment gefunden haben und sie uns immer beobachtet. Ne, Quatsch. Das wollte ich gar nicht. Moment mal. Mo, 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 Mo. Mo, Mo? Mo, Mo? Mo? Hier, das wollte ich machen. Wir müssen ins Essen sammeln. Mh, lecker. Skak-Fleisch in Dosen. Äh, okay. Ich verzichte. Kommt man von hier auch irgendwie? Nein. Guck mal auf die Karte. Wir müssen genau auf die andere Seite. Ist nicht wahr. Haben wir uns schon mal über das Quest-Design aufgeregt? Ich weine gleich. Noch nicht genug über das Quest-Design aufgeregt. Ne, ein bisschen geht noch. Ich hab auch alles verwingt. Oh, da ganz hin. Ich glaub's doch wohl nicht. Oh, man sollte nicht zwischen die Felsen springen. Das ist keine gute Idee. Sollte man nicht. So, dann lade ich nochmal eben alles nach. Das ist wenigstens etwas, was ich wirklich befürworte. Ja, das stimmt. Ach ja. Und sonst so. Soll ich nochmal zurückkommen auf den Aufruf für Ray-Bird? Ja, wenn ihr zwischen 25 und 36 seid, meldet euch doch. 36 ist aber eine sehr präzise Angabe. Mehr als zwei Jahre älter als ich, muss glaub ich. Ach so, okay. Kommt drauf an, ne? Reife Frauen haben auch was. Ja, nee. Ein höheres Alter auf jeden Fall. Ja, super. So, wo laufen wir denn? Ah, wir laufen. Muss die gut ein bestimmtes Aussehen haben. Sie muss wunderhübsch sein. Wunderhübsch. So wie die Schlampe eben oben rechts in der Ecke. Ja, genau. Die muss halt einfach zu mir passen auch. Na, was denn? Ja, es stimmt tatsächlich. Ja, ja. Muss ja. Ne? Kann ja nicht sein, dass ich hier, der George Clooney und die ist dann Cindy aus Marzahn. Richtig. Oh Gott, wie assi das klingt. Na, jeder weiß, wie es gemeint ist. Ja, hoffentlich. Also, wenn du zu Rainbird passen solltest, dann schreib doch mal eine PM an ihn. Wenn du wunderschön bist, schreib es mit. Aber nur, wenn du wunderschön bist. Ich bin aber nicht oberflächiger. Nein, überhaupt nicht. Die inneren Werte zählen. Also bitte auch Leberwerte mitschicken. Genau. Also einmal das volle Labor. Ja, genau. Oh, die sind schon Level 27. Das ist ja schon mal ein bisschen fordernd. Ja. Eine Königin. Königin und König. So, einmal eine Monarchie ausgelöscht. Wir können die doch nicht einfach so jetzt. Wir sind Königsmörder. Ja. Wir sind Jamie. Der Königsmörder, ja. Ja, ich bin gespannt auf die nächste Staffel. Ja. Da neigt es sich ja dann langsam dem Ende zu. Ja, ist auch okay, sage ich jetzt mal so. Zwei gibt es noch, ne? Zwei Staffeln, oder? Das weiß ich nicht. Ich meine jetzt die nächste und dann noch eine. Du meinst sieben und acht dann, ne? Genau. Ich habe sechs noch nicht geguckt. Oh, was? Doch, es ist tatsächlich so. Ich habe mir das nur aufgehoben. Aber ich muss auch noch von The Walking Dead die sechste Staffel gucken. Ach so, da habe ich ja das Interesse ein wenig dran verloren. Ja, ich glaube, den Anfang der sechsten Staffel fand ich auch jetzt nicht ganz so gut. Deswegen habe ich es noch nicht weiter geguckt, glaube ich. Okay. Also steinigt mich jetzt nicht, aber es ist tatsächlich so. So gut fand ich jetzt den Anfang nicht. Ich habe ein Medikid gesichtet. Ich habe ein Medikid gesichtet. So, äh, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Oh nein. Wir müssen das hier beenden. Das müssen wir jetzt. Wir müssen es beenden. Das geht nicht mehr. Ich beende es bei dir mit einem Kopfschuss. Oh nein. Oh, da duckt es sich gerade. Das geht doch nicht. Aue. So, okay, dann tanken wir uns fürs Zusehen. Betanken. Wir betanken uns fürs Zusehen. Ja, wir betanken uns jetzt erst mal richtig. Mit dem Fusel, den wir eben gefunden haben. Ja, genau. Aua. Aua, 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 aua. Mr. Schläger. Die suchen übrigens niemanden. Keinen Partner. Nee, ich glaube nicht. Aber welche Frau möchte mit einem knallharten Psychopathen zusammen? Oh, es gibt bestimmt so einige. Okay, das lassen wir mal so stehen. Ich muss sagen, bis zum nächsten Mal bei Borderlands. Macht's gut. Tschüss, Jan. Alles Liebe, tschüss.